Die Zwölfe zum Gruße, liebe Freunde des gepflegten Gamings, Rollenspiels und des Schwarzen Auges. Ich heiße nicht nur Lomdom Silver, sondern auch dich recht herzlich willkommen hier zurück bei Das Geheimnis der Zyklopen, mittlerweile in Folge 10 dieses DSA Solo-Abenteuer Let's Plays. Ja, auf den Zyklopeninseln, ihr seht schon im Hintergrund, das sieht alles ein bisschen Toskana-mäßig aus. Toskana und Griechisch, das ist so ein bisschen so dieses Setting, in dem wir uns hier befinden. Genauer gesagt befinden wir uns auf dieser Insel hier, der Frügeios. Dort waren wir zuletzt in einem Leuchtturm, sind dort durchs Fenster geklettert, nach unten gegangen und mussten dann uns gegen einen Besen und gegen einen Staubwittel bewähren, was relativ lange gedauert hat. Im Endeffekt konnten wir allerdings den Leuchtturmwärter ausfindig machen und ihn von unserer guten Absicht überzeugen, denn wir haben seine Tochter getroffen, die gefangen genommen worden ist und so konnten wir beides zusammenführen und haben letztendlich die Auswahl gehabt, Geschenke von ihm zu bekommen und anzunehmen. Unter anderem zwei Heiltränke mit je 15 LP Lebensenergie, dreier Feuerwerkskörper und Lutifers, um sie zu entzünden oder einen alten Leuchtturmwärter zum Schwiegerfasser. Wir haben uns für eins entschieden, zwei Heiltränke mit jeweils 15 LP, die halten wir für sinnvoll und weil er das nicht so ganz toll fand, hat er uns vor die Tür gesetzt und uns noch gesagt, dass wir nach Pylos ziehen sollen. Ihr seht es oben, hier ist die große Insel Pylos in den Zyklopeninseln. Ich kann doch mal gerade rauszoomen. Also wir haben einiges schon abgeklappert hier. Wir sind ja von Neta, sind hier rüber und haben uns Rethys umgetan und so weiter und so fort. Ein paar haben wir schon letztendlich abgefrühstückt, denn wir sind auf der Suche letztendlich nach oder von einem Pryos-Geweihten beauftragt, aus Neta ein Amulett zu finden, eine Kette mit zwölf Amuletten drauf und wir haben mittlerweile, jetzt muss ich gerade selber nochmal schauen, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Amulette haben wir mittlerweile schon gefunden. Ja, das stimmt. Das andere gehört nicht da unten zu, da habe ich mich vertippt. So, genau, Pryos, Rondra, Effort, Ingrim, Zar. Ihr seht, zwölf Götter Amulett, es fehlen also noch ein paar, die wir noch finden werden. Und hier auf Pylos sollen die Namenlosen ihr Unwesen treiben, die diese Kette stehlen und, ja, wir werden das versuchen aufzufindig zu machen. Und deswegen geht es weiter in Abschnitt 200 und was ich vergessen habe zu machen, ist natürlich mir die Heiltränke hier reinzuziehen. Ich gucke mal, ob ich das gerade so on the fly noch machen kann. Na, komm, LP 15, da weiß ich, dass das die sind, die uns 15 Lebensenergien zurückbringen werden. Heiltränke, wir haben sie drin, wunderbar. Ja, wollte ich eigentlich noch vorher machen, aber ihr kennt mich ja. So ist es halt, ne? So ist es halt. So, ab geht's zu Abschnitt 200. Der ist ziemlich weit am Ende. Ein Schiff bringt sie für 10 Silberzahler von Phrygaios nach Teremon auf Pylos. Okay, das ist, äh, erstmal interessant. Und ich muss sagen, das macht schon relativ viel Spaß, sich hier die, so ein Inselhopping zu betreiben. Äh, 10 Silber. Hm. Oh Mann. Machen wir so. Wird immer weniger hier. Ich hoffe, wir kriegen richtig viel Kohle, wenn wir hier fertig sind, aber ich bezweifle, dass das hier der Grund ist. So, wir gehen nach Teremon, zack, zup, mit dem Schiff rüber gesetzt. Hm. Da sie sich hier nicht auskennen, fragen sie nach den bärtigen Geweihten. Aber sie rufen nur Ablehnung und Feindseligkeit hervor. Schließlich will ihnen ein Straßenhändler für 10 Silberzahler weiterhelfen. Er bringt sie aus Teremon hinaus nach Norden, wo sich der Tempel des Gottes ohne Namen befinden soll. In einer Schlucht werden sie von Straßenräuber überfallen. Der ortskundige Händler setzt sich blitzschnell ab. Sie aber werden gefangen. Die Räuber machen sich einen Spaß mit ihnen. Einer sagt, Beuche, du sagst jetzt etwas, und wenn es wahr ist, was du sagst, dann schneiden wir dir die Kehle durch. Wenn es aber nicht wahr ist, hängen wir dich auf. Was antworten sie, um ihr Leben zu retten? Schreiben sie die Lösung auf einen Zettel und sehen sie unter Abschnitt 42 nach, ob sie noch einmal davon kommen und den Tempel des Gottes ohne Namen finden. Also, nochmal für 10 Silberzahler, die wir verlieren, bringt er uns jetzt in zwei Derben. Das ist schon mal sehr gut. Ei, 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 ei. Achso, Ausrüstung unter unten. Boah, es wird immer weniger, Freunde, ey. 10 Silberzahler. Jetzt sind wieder ein Dukat weg. Werner Fuchs ist ein ganz gemeiner Fuchs hier. Da weißt du, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, das ist schon mal richtig. Also, nochmal kurz. Was antworten sie? Also, Bursche, was du sagst, jetzt etwas. Und wenn es wahr ist, was du sagst, dann schneiden wir dir die Kehle durch. Wenn es aber nicht wahr ist, hängen wir dich auf. Also, es ist vollkommen egal. Was antworten sie, um ihr Leben zu retten? Schreiben sie die Lösung auf einen Zettel und sehen sie unter Abschnitt 42 nach. Ja, Freunde. Richtig übel, weil... Kann unser Hund nicht eigentlich jetzt mittlerweile auch nochmal regenerieren? Der ist doch jetzt auch mit uns da hochgefahren. Und das wird ja ein bisschen dauern, oder? Ich würde jetzt einfach nochmal vermuten, bevor wir das jetzt hier weiterziehen, dass der auch nochmal regenerieren darf. So. Nun zwei. Ja, immerhin. Hör mal. Oh, den geht's gar nicht so gut. Den halten wir auch aus dem Kampf. Den wächst besser mal raus. Hm. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck. Vielleicht kommt mir dann die Erkenntnis. Das ist ja stets hier ein Trank der Klugheit plus zwei, den ich hier habe. Was antworten wir nicht? Verpiss dich, würde ich einfach mal sagen. Einfach mal just on the fly. Es ist ja eh egal, was wir jetzt sagen. Wir gehen mal hoch zu Abschnitt 42. Da müssen wir ein bisschen scrollen. Auf ihrem Zettel muss stehen, ihr werdet mich aufhängen. Würden sie die Räuber daraufhin hängen, hätten sie die Wahrheit gesagt und müssten die Kehle durchgeschnitten bekommen. Würden ihnen die Räuber aber die Kehle durchschneiden, hätten sie die Unwahrheit gesagt und müssten sie aufhängen. Okay, wenn sie den richtigen Satz aufgeschrieben haben, erreichen sie den Tempel und Abschnitt. Wenn nicht, dann müssen sie Abschnitt 7 vorlieb nehmen. Alter! Abschnitt 7 ist der Todesabschnitt. Ja, das ist doch wieder... Ey, ehrlich. Nee. Also, sorry, Werner Fuchs. Ähm, nein. Wir gehen zu Abschnitt 148. Aber ja, logisch ist es, das stimmt. Wenn wir das Ganze so durchgezogen hätten, gebe ich dir recht. Aber, ich weiß nicht. Wir gehen auf zum Tempel. Witzig ist es, aber dass es da mal über Leben und Tod entscheidet. Weißt du, wenn es jetzt irgendwie 3, 4 Gegner sind, hätte ich es mit den Gegnern gerne erstmal aufgenommen, bevor die uns einfach aufhängen. Wir sind ja nicht willenlos, dass wir nicht irgendwas hätten machen können. Von daher, nee, das sehe ich so nicht. Wir haben uns jetzt gut bewährt und wir haben auch noch Amulett dabei, was hier uns, ähm, ja, 3 W, 20 Trefferpunkte hinzufügt, ein Amulett. Dann haben wir, genau, dann haben wir noch Rondra, plus 2 zum Waffenwert. Ähm, also wir hätten noch Möglichkeiten da zu gewinnen. Von daher finde ich es unfair, wenn wir jetzt einfach so aufgrund wieder einer, ähm, nennen es ja heutzutage Spielleiterwillkür. Wenn wir deswegen einfach sterben würden, das wäre Quatsch. So, sie stehen vor dem einheimischen Gebäude, unheimlichen Gebäude, Entschuldigung, dass die Einheimischen den Tempel des Gottes ohne Namen nennen. 13 Stufen natürlich, einer breiten Treppe führen zu einer Säulenvorhalle. Es sind keine Personen zu sehen. Steigen sie die Stufen zu der Vorhalle sofort empor oder suchen sie einen anderen Eingang? Ähm, bis jetzt hat mich jeder andere Eingang nicht überzeugt, aber ich möchte nicht so blind links in den Tempel reingehen. Wir versuchen mal mit 110 vielleicht doch noch einen anderen, äh, Eingang zu finden. Lautlos schleichen sie um den Tempel. Außer einigen runden Fenstern und Lichtbrunnen in größerer Höhe entdecken sie nichts Wesentliches. Der einzige Eingang scheint der auf der Vorderseite zu sein. Gehen sie zurück zu 148. Na gut, ähm, dann ist das so. Jetzt habe ich natürlich den anderen Namen, den anderen Nummer vergessen. Ähm, 29. Dann steigen wir die 13 Stufen zur Hölle, äh, Vorhalle. Quasi entpor. Sie stehen in einer 20 Meter breiten und 5 Meter langen Eingangshalle. Vier Säulen stützen die Decke. Zwischen den beiden mittleren Säulen führt ein Portal in den Nordwand, in der Nordwand der Vorhalle in den Tempel. Sie gehen durch das Portal. Entschuldigung, sagst du jetzt einfach. Okay. Ich finde das immer schön, wie, äh, Werner Fuchs einfach mal so sagt, so, du machst das jetzt einfach. Ich entscheide das jetzt für dich. Ich habe doch gar keine Wahl hier gehabt gerade. Naja, es ist schon, es ist DSA 1, äh, ich möchte das mal deswegen in der Form entschuldigen. So, sind in einem elfförmigen, in nord-südlicher Richtung verlaufenden Gang. Er ist 5 Meter breit. Nach 12 Metern knickt der Gang nach Osten ab. Er ist 500. Nach 12 Metern knickt der Gang nach Osten ab. In der Mitte der Westwand befindet sich eine geschlossene Tür von 3 Meter Breite. Wollen Sie sehen, was... 3 Meter Breite... Wollen Sie sehen, was hinter dieser Tür liegt? Dann schlagen Sie Abschnitt 50 auf. Möchten Sie den Gang jedoch hinuntergehen und nach Osten abbiegen? Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Also, eine 3 Meter Breite Tür. Wer braucht denn 3 Meter Breite Türen? Und vor allen Dingen, wie hoch ist diese Tür? Ist das für einen normalen Menschen gedacht? Oder haust hier tatsächlich irgendetwas, was schlimmer ist als nur ein paar glatzköpfige, breitige, namenlose Geweite? Also, wir gucken erstmal, würde ich sagen, bevor wir die Tür aufmachen, Achso, warte. Wollen Sie sehen, was hinter dieser Tür liegt? Dann schlagen Sie 50 auf. Möchten Sie den Gang hinuntergehen und nach Osten abbiegen? An der Nordwand sehen Sie nämlich eine seltsame Statue von unserem Sockel. Lesen Sie Abschnitt 188. Wir gucken erstmal die Statue an, bevor wir die Türen öffnen und weiteres Schicksal auf uns einbricht. So haben wir das Schicksal, was uns ja gerade vor uns liegt. Und dann können wir uns weiteres hinzuzügen. Also, nach einigen Metern stehen Sie vor einer etwa 2 Meter hohen Statue. Sie blicken nach Osten und bemerken an der Nordwand des Ganges noch zwei weitere Statuen in gleichmäßigen Abständen. Der Gang misst bis zur Ostwand weitere 18 Meter. In der Mitte der Südwand ist eine 2 Meter breite Tür. Wollen Sie durch diese Tür gehen oder interessieren Sie sich für die Statuen? Ich befürchte, wobei 2 Meter breite Tür ist ja auch schon breit. Kann man wahrscheinlich so doppelflügelig aufmachen, keine Ahnung. Ansonsten wäre das eine ziemlich große einflügelige Tür. Wir schauen uns erstmal die Statuen an. Doch, das machen wir jetzt, bevor wir jetzt da durchgehen. Also, sie unterziehen die Statuen einer genauen Untersuchung. Links an der Nordwand steht eine Holzstatue. In der Mitte eine aus Obsidian und rechts eine Kristallstatue. Sie stellen undefinibare menschliche Figuren mit den Köpfen mythischer Wesen dar. Sie bemerken, dass alle Statuen einen Arm ausstrecken und in ihrem Sockel drehbar sind. Entscheiden Sie sich für eine Statue, die Sie drehen wollen. Holz, Obsidian oder Kristall. Sie können natürlich auch erst durch die Tür bei Abschnitt 197 gehen. Welche Tür bei 197? Vielleicht sollte ich das auch irgendwie aufzeichnen? Ich weiß es nicht. Macht es Sinn, das Ganze hier aufzuzeichnen? Nö, ne? Ich glaube nicht, dass wir so lange hier drin sind. Aber die Frage ist, bevor ich jetzt irgendeine Statue drehe... Bevor ich irgendwas tue, ich habe da noch das Gift. Das könnte ich jetzt eigentlich, wie der Name bereits sagt, löst dieses Gift große Panik bei demjenigen aus, der mit einer vergifteten Waffe getroffen wird. Die Wirkung des Angstgiftes ist dabei allerdings nicht kumulativ. Wer durch das Gift Zustandsstufen Furcht erlitten hat, kann erst wieder am Ende der Wirkungsdauer davon betroffen sein. Zwei Stufen Furcht, eine Stufe Furcht, fünf Minuten Wirkungsdauer. Hm. Also, wir könnten uns das natürlich auf die Waffe drauf tun. Ich glaube, dass hier ein bisschen mehr Rambazamba sein wird. Ich packe es mir auf das Kurzschwert. Ja. Also, ich packe mir das Angstgift auf das Kurzschwert. Wie dann aber sagen Sie, löst dieses Gift große Panik aus. So. Ich lasse das mal noch hier drin, damit wir es noch nachlesen können. Ich würde aber das Waffengift, äh, das, Entschuldigung, das Angstgift auf die Waffe drauf packen. So. Und dann geht es weiter mit uns. Geht das? Achso, pass auf. Dann machen wir erstmal hier diesen. Boom. Ähm. Ich ziehe euch mal wieder in den Fokus hier. Zwei hübschen. Schade. Ich glaube nicht, dass ich unserem Hund einen Heiltrank geben kann. Ich befürchte nämlich, dass der als Hund, hat man ja feine Nase, sagt so, mh, da ist Zeug drin, was ich nicht so trinke. Ich weiß nicht, von meinem Hund, wenn ich dem irgendwie hier mal, äh, mein Bier hinhalte oder irgendwas, dann rümpft er nur die Nase und geht weg. So, sagt, äh, hau ab damit. Ist natürlich nicht da direkt nur zu die Nase gehalten, nur dass er merkt, was das ist, was er auf, auf der Distanz damit er merkt, so, oh, nee, will ich gar nicht haben. Ich gehe doch wieder mein, mein Wasser saufen. Ähm. Okay, ich würde jetzt erstmal keine Statue drehen, sondern ich würde jetzt versuchen, bei 197, ja, ich würde bei 197 jetzt erstmal durch die Tür gehen und dann gucken wir mal, was da auf uns lauert. Ja. So sieht es aus. Also. Hm. Die Tür lässt sich ohne Schwierigkeiten öffnen. Bei diesem Raum scheint es sich um einen Schlaf- und Aufenthaltsraum der Geweihten zu handeln. Wände und Decke des Raumes sind dunkel angestrichen und mit fünfzackigen Sternabbildungen verziert. An der Decke sehen Sie auch Bilder der Sonne und des Mondes. Eine schwermüdige Stimmung geht von diesem Raum aus. Die Muster von Decke und Wände beginnen zu pulsieren und setzen sich in immer neuen Formen zusammen. Machen Sie eine Klugheitsprobe. Gegen die Probe schlagen Sie Abschnitt 165 auf. Bilden Sie. Müssen Sie unter Verlust von zwei Klugheitsproben zurück. Ah. Ah. Okay. Wichtig, dass wir die Punkt, dass wir jetzt die Klugheitsprobe... Junge, du mach es. Also. Oh. Belastung von drei. Ich glaube nicht, dass wir die Belastung von drei jetzt damit einbeziehen sollten. So. Ja. Wir haben die Klugheitsprobe bestanden. Oh, das war knapp. Sonst hätten wir zwei Klugheitspunkte verloren. Hätte ich natürlich wieder beim nächsten Akt, wieder Ende des Abenteuers, falls wir es erreichen werden, draufgezogen. Aber so geht es doch auch. Also. Wir gehen zu Abschnitt 165. Kann ich kurz hochscrollen, soweit ist das nicht entfernt. 165. Die Formen und Farben setzen sich vor ihren Augen zu den Worten zusammen. Hüte dich vor Holz und Kristall, Geweiter. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Stell dir mal vor, wir hätten diesen wertvollen Hinweis nicht bekommen. So. Wie kann ich hier nochmal da? Ich würde den Satz jetzt einfach mal rauskopieren. So. Pupp. Ähm. Ja. Perfekt. Also. Ein guter Hinweis, den wir jetzt hier bekommen haben. Sehr schön. Das war wertvoll. Also. Ähm. Ich gehe zurück zu 188. Das heißt, wir gehen jetzt auch wieder zurück zu den Statuen. Na. Zwei Meter hohe Statue. Sie blicken nach Osten und bemerken an der Nordwand des Gangs noch weitere Statuen. Der Gang misst... Okay. Wir stehen jetzt also wieder da, wo wir vorher waren. Okay. Nach einigen Metern stehen sie vor einer etwa zwei Meter hohen Statue. Sie blicken nach Osten und bemerken an der Nordwand des Gangs noch zwei weitere Statuen. In gleichmäßigen Abständen. Der Gang misst bis zur Ostwand weitere 18 Meter. In der Mitte der Südwand ist eine breite Tür. Zwei Meter breite Tür. Wollen Sie durch diese Tür gehen oder interessieren Sie sich für die Statuen? So. Wir schauen uns jetzt nochmal die Statuen genauer an. Entschuldigung, dass ich mich gerade so ein bisschen im Kreis drehe. Aber ihr seht ja, dass wir, ähm... Dadurch, dass wir den Raum noch eher besucht haben und uns da schlau gemacht haben, wir jetzt wissen, dass wir Holz und Kristall meiden sollen und wir an Obsidian einmal schrauben. Also... Kann natürlich auch sein, dass das völlige Irrleitung ist und wir... Also, wir stehen jetzt bei den Statuen und entscheiden Sie sich da zu drehen. Für Holz Abschnitt 8, Obsidian 75, Kristall 134 oder wir gehen zurück. Da wir jetzt schon wissen, durch die Sternenkonstellation aus dem Zimmer, dass wir Obsidian drehen sollen, gehen wir zu Abschnitt 75 und hoffen mal, dass das jetzt auch wirklich ernst gemeint war. Als Sie die Obsidian-Statue drehen, zeigt sich in der Nordwand vor Ihnen ein Spalt, der sich zu einem Durchgang verbreitert. Dahinter liegt ein leer stehender Raum, den Sie jetzt betreten. Der Raum misst von Westen nach Osten 7 Meter, von Norden nach Süden 10 Meter. In der Mitte der Ost- und Westwand befindet sich jeweils eine Tür. Die Wände sind purpurfarben, der Boden ist schwarz. Erhellt wird der Raum durch drei Kohlebecken. Wenden Sie sich nach Osten oder nach Westen. Der Raum misst von... In der Mitte der Ost- und Westwand. Also... Der Ost- und der Westwand. Ja, ich weiß nicht. Es ist... Ja... Westwärts geschubbte. Ich weiß es nicht. Okay, wir nehmen mal westwärts. Keine Ahnung. Wir nehmen mal den Westen. Ich weiß nicht, was das für eine Auswirkung hat, aber wir werden es jetzt wahrscheinlich auch feststellen. Ich hoffe nicht brutal. Sie öffnen die Westtür und blicken in einen luxuriös ausgestatteten Raum. Offenbar der Raum der höchsten Geweihten. Er besitzt dieselben Maße wie der soeben verlassenen Raum. Ist aber im Gegensatz zu diesem durch einen Fluch geschützt, der jegliche Magie aufhebt. Ah, auch ihre magischen Amulette, sofern sie welche besitzen, verlieren ihre Wirkung. Das merken sie aber erst, wenn sie gegen den Wächter dieses Raumes und seinen Höllenhund kämpfen. Wenn sie dieses Ungleichbare überwinden, Wächter wird bei LE5 bewusstlos. Höllenhund flüchtet bei LE3. Können sie die Tür in der Westwand öffnen. Sinkt ihre Lebensenergie. Ich brauche gar nicht lesen. Okay, ich bereite das vor. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, da haben wir sie. Nicht wundern, ihr seht nicht doppelt. Das ist einmal Höllenhund. Das ist einmal Kriegshund. Ich habe den einfach genommen, angepasst. Damit wir schön mal ein anderes Bild haben. Auf jeden Fall ist hier der Wächter und hier sind wir. Und wir befinden uns im Kampf. Leider, leider mal wieder ein Kampf. Das lässt sich hier nicht vermeiden. Wir sind ja auf geheimer Mission. Der Höllenhund darf sogar zuerst angreifen. Und, ja, ich sage mal so, dass alle beide, damit der Hund, unser Hund nicht irgendwie hops geht und mich angreift, glaube ich, das wäre, glaube ich, schon die gescheitere Variante, oder? Also, ja, ihr seid wahrscheinlich auch dafür, dass der Hund mich auch angreift. Natürlich, realistisch wäre es eigentlich, ihn anzugreifen, oder? Wir lassen ihn mal wechseln. Einmal so, einmal so, oder? Das ist, glaube ich, dann doch... Ich habe ein Problem, wenn er nur mich angreift. Ich habe auch ein Problem, wenn er nur einen Hund angreift, verstehst du? Ja. Äh, was? Nein, Entschuldigung. Ich habe mich vertraut. So. Jetzt ist es richtig. Ich wollte B drücken. Okay, er kann beißen, genauso wie unser Hund. Ähm, ja. Gucken, was passiert. Angriff. Scheiße. Oh, weile. Lass mal hoffentlich ausweichen. Bitte, bitte, bitte. Halber Verteidigungsmalus. Aha. Misserfolg. Neun. Oh, nein. Oh, nein. Unser Hund hat definitiv nur noch zwei. Und ist für den Hund jetzt auch, was das angeht, nicht mehr interessant. Scheidet auf jeden Fall aus, dem Kampf aus. Aber er ist noch nicht tot. Wissen wir allerdings noch nicht. Wir sind allerdings sauer. So richtig sauer. Ähm, was natürlich nachvollziehbar ist, dass der Hund und so ein Hund wehgetan hat. Deswegen greifen wir erst den Hund an und versuchen, den jetzt erstmal platt zu machen. Wäre jetzt ein nachvollziehbarer Grund. Okay. Soll ich jetzt nicht weiter stören. Wir gucken, ob wir angreifen können. Ah, mit einer Zwölf geht das nicht, ne? Ne, Zwölf ist nicht. Zwölf ist nicht gut. Nix gut. Wir müssen einmal treffen, dann haben wir Angst. Die wir auf unserer Waffe ja noch haben. Das darf ich nicht vergessen. Ähm, also wir sind, was das angeht, ja, ähm, der hat ja dann quasi Furcht. So, der reibt jetzt mit dem Knüppel an. Gucken, ob das funktioniert. Ne, nur in der 14 klappt das auch nicht. Der Höllenhund versucht uns nochmal anzugreifen, indem er uns anspringt. Kann auch sein, dass das auch funktioniert. Geht aber nicht. So, jetzt hauen wir nochmal auf den Höllenhund drauf. Ähm, so. Jetzt richte ich mir unseren Kurzschwert vergiftetes Kurzschwert mit Angstgift drauf. Haben wir nach 10, geht's auch nicht, ne? Doch, geht. Ach, Entschuldigung, ich hab ja einen höheren Wert. Entschuldigung, Entschuldigung. Wenn wir jetzt durchkommen, ähm, versucht er auszuweichen erstmal. Wenn wir durchkommen, hat der Hund Angst. Ja. Alles klar. Er kriegt von uns auf jeden Fall mal, äh, Entschuldigung, das stimmt nicht. Sechs, äh, war so der Ursprungswert. Das heißt, er hat noch, pardon, vier. Äh, kriegt den Status Angst. Warte mal, können wir den auswählen, ne? Wir können den doch hier so auswählen. Ich glaube, ich, wo war ich nun? Status Effects. Oh, okay. Dann schauen wir mal. Also. Ähm, was ist denn der Status für Angst? Furcht. Uh, er hat Furcht. Okay. Was das jetzt bedeutet, ich lass mal, äh, das so. Und schauen mal, ob der noch was machen kann. So, als nächstes ist auf jeden Fall der Wächter dran. Der versucht mit seinem Knüppel uns, äh, auf den Kopf zu hauen. Das würde er auch hinbekommen, wenn wir ihn jetzt nicht verteidigen würden. Äh, das machen wir allerdings mit unserem Kurzschwert. Und versuchen dagegen zu hauen. Es klappt nicht, aber wir können keinen Schaden bekommen von ihm. Er hat jetzt eine Drei-Gürfel. Wenn er Drei dazu macht, dann könnte er uns einen Schaden. Okay, das heißt, ich muss das durchziehen. Gut, 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 gut. Der Höllenhund, äh, ich lass ihn mal, weil der ja jetzt, äh, wie gesagt, mit einer Furcht zu tun hat. Der wäre ja jetzt laut dieser H1-Regeln aus dem Spiel raus. Ich lass ihn aber nochmal da stehen. Der ist auf jeden Fall erstmal so perplex, dass er nicht angreifen kann. Wenn wir den jetzt auch treffen, haben wir das gleiche Phänomen, ähm, dass er mit der Angst zu tun kriegt. Mal schauen mal, ob das klappt. Mit einer 4 würden wir es hinkriegen. Jetzt liegt es nur noch an dem Wächter, ob er sich verteidigen kann. Äh, wir versuchen mal auszuweichen. Da hat er den besten Wert. Boah, mit einer 7. Ja, alles klar. Na gut, wir greifen wieder den Wächter an. Die ziehen sich auf jeden Fall in den Gang zurück, wenn wir sie treffen würden. Aber das ist natürlich bei DSA immer so ein bisschen blöd mit der... Wenn gelungene Paraden existieren, dann hast du eigentlich, was das angeht, recht wenig Schnitte da, äh, was gegen zu machen. So, wir verteidigen uns nochmal mit unserem Kurzschwert. Dann geht das hin und her, hin und her, ohne dass wirklich was passiert. Oh, Verteidigungspatz, sag mir nicht die Waffe. Stolpern und seine nächste Handlung ist um 2 erschwert. Na gut. Alter, Falter, ey. Äh, gut. Wir sind da... Nein, der Höllenhund, das wäre dran. 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange eine Kampfrunde geht, aber die wird... Das wird noch ein bisschen dauern, bis die 5 Minuten rum sind. So, unsere Handlung ist jetzt nochmal um 2 erschwert. Das heißt, wir versuchen anzugreifen mit dem Kurzschwert. Haben sowieso schon die Belastung von 3. Und wir schreiben uns die Minus 2 als zusätzliche Belastung mit rein. Das heißt, wir haben nur eine Chance von 8, wenn wir treffen. Ja, das klappt natürlich nicht. Das ist, ja, sehr, sehr schlecht. Sehr wenig. Gut, der Höllenhund geht nicht. Dann ist, äh, unser Bellric wieder dran. Ja, jetzt muss er eine 10 würfeln. Ups. Boing. Mit einer 3. Wunderbar. Wenn wir ihn treffen, wie gesagt, wenn er jetzt nicht sich verteidigen kann, dann hat er auch Angst, bislang so Furcht, wie das hier noch heißt. Ja, wir treffen ihn. Sehr schön. Ziehen ihm auf jeden Fall 8 Trefferpunkte ab. Und auch er hat den Status, nein, geht nicht so. Müssen wir anders machen. Wir wissen ja jetzt, ähm, Status Furcht. So, das heißt, er fürchtet sich. Er, im Gegensatz zum Hund, wird aber noch was angreifen können. So, wir haben eine schöne 5 gewürfelt. Sehr gut. Äh, er versucht mit Ausweichen da sich zu verteidigen. Das klappt nicht. Und er kriegt, äh, nein, mal hin. 4, nochmal Schadenspunkte. Kurzschwert. Einmal drauf. Und, yes, mit einer 4, mein Freund. So, einmal verteidige dich. Oder besser noch, lass es. Er versucht mal mit dem Knüppel. Oh, ne 5 müsste er würfeln. Boah, 14. Nein, es gewürfelt. Ne 3. Warum nur ne 3? Umso wenig. So, der Höllenhund darf mal wieder. Da darf mal wieder mitspielen. Zumindest versucht das. Er hat auf jeden Fall. Oh, okay. Schade, dass das hier nicht steht. Mit dem Wurf. Würfel. Würfel. Oh, ne 3 könnte gepasst haben. Ja, stimmt. Wir versuchen mal mit unserem Kurzschwert nochmal zu verteidigen. Ja, aber er tut uns nichts. Ihr seht, der Hund, der ist eigentlich nicht gut von seiner, ähm, von seiner Art. Also, ich meine von seiner Kampfeinstellung. Da würde er uns nichts tun. So, wir müssen nur 10 würfeln. Gucken wir mal. Und wir schaffen eine 5. Wunderbar. Wir kommen also durch mit der Parade. Wenn er nicht noch versucht auszuweichen rechtzeitig. Ähm. 9, das heißt, 8, ähm, 7, das heißt 6. 6 muss er würfeln. Boah. 15. Alles klar. Nochmal 5 abgezogen. Junge. Ich würde mal an deiner Stelle sagen, lass es sein. So, wir müssen auf Minus 5 kommen, glaube ich, ne? Genau. Minus 5. Dann haben wir ihn erwischt. Dann sind wir durch. Wir nochmal gegen den Wächter. Bäm. Der Wächter? Achso, hat ja seine Furcht schon, stimmt. Nein! Das gibt's nicht. Ey, verdammt. Nahkampfpatzer. Oh, bitte, bitte. Die Waffe ist nicht mehr einsetzbar, bis sie repariert wird. Unzerstörbare Waffen fallen zu Boden. Kaputt. Ähm. Also, ich schreib das mal dahinter. Zerstör. Gut, dass wir die haben, um das nicht, äh, Trip, dadurch von betroffen ist. Wir machen aber einmal diesen hier. Zack, zack. Wechseln die Waffe. Was mir allerdings dazu führt, dass wir einmal unparierbar sind. Und, ähm, ja. Der Wächter. Wir sind einmal unpariert, wie gesagt, weil wir, ähm, die Waffe wechseln. Mit einer 7. Ah, klappt schon nicht mehr. Alles klar. Sehr gut. Und wir sind dran. So. Mit unserem schönen Langschwert trifft. Da haben wir auch nur 9. Das ist auch ordentlich. Jawohl, Freunde. Das sieht doch mal gut aus. Wie gesagt, wenn wir angreifen, hat, äh, gibt es keine, äh, Parade-Möglichkeit des Gegners. Das heißt, er kann auch schon mal gar nicht parieren. Das heißt, bam, 15. Und damit ist er im Minusbereich. Wir haben ihm den Garaus gemacht. Sein Hund steht noch vor uns. Der wird noch kämpfen. Aber, äh, er spürt, dass die Gefahr doch etwas zu groß geworden ist. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, dass der Hund auch mal hier die Biege macht. So, Freunde. Zack. End kommt Bad. Und bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, kümmern wir uns erst einmal um unseren Hundi. So, er kann sich ja jetzt gerade überhaupt nicht, ähm, wehren. Boah, Minna 2, ey. Das tut mir so leid für den. Vor allem, der hat ja auch nur eine natürliche Rüstung von, ich glaube, 1 oder so, ne? Ja. Boah. Wir könnten dem natürlich auch mal versuchen, irgendwas anzulegen. Irgendwie so eine, äh, Hunde-Weste oder so, aus Korsett zu besorgen. Aber wir müssen ihn auch, entschuldigen. Wir müssen ihn natürlich erst mal wieder Pari kriegen. Da er ja jetzt bewusstlos ist, dürfte er ja eigentlich bewusstlos sein, denke ich mal, ne? Handlungsunfähig heißt das hier in dem Fall. Ähm, würde ich ihn versuchen, einfach nur die 15, ähm, den Lebensenergie-Trank von 15 einzuflößen. Das heißt, wir kommen hier bei ihm wieder auf 17. Die Handlungsunfähigkeit lässt nach. Der Schmerz ist noch vorhanden. Auch wegen Patzer. Ah, das ist der wegen Patzer. Ne, wir haben ja noch den hier. Genau. Die Handlungsfähigkeit ist weg. Und der Zustandsschmerz 1, ja. Der normale Schmerz ist da, okay. Unser Hundi, ey. Der uns treu immer zur Seite steht. Den lassen wir natürlich doch nicht hängen hier. Ist doch logisch. Also. Oh Gott. Kampf bestanden. Wenn sie dieses ungleiche Paar überwinden. Höllenhund flüchtet. Ja, der flüchtet sowieso. Wir können sie die Tür in der Westwand öffnen. Nochmal zum Verständnis. Sie öffnen die Westtür und blicken in einen luxuriös ausgestatteten Raum. Er besitzt dieselbe Maße wie der soeben verlassene Raum. Ist er beim Gegensatz zu diesem Raum mit einem Fluch geschützt? Ach, guck mal. Ich hätte gar nicht. Wobei, er hätte auch gar nicht verteidigen können, glaube ich. Also Gift ist das eine. Gift haben wir ja ausgeübt. Und ich glaube, Triff hätte vielleicht gar keine Wirkung gezeigt. Magische Waffen und so. Hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Aber gut. Wir haben ja jetzt ein oder zweimal nur mit Triff angegriffen. Von daher will ich da jetzt mal nicht so sein. Aber ich glaube, das hätte vielleicht nicht funktioniert. Gut. Wir gehen zu Abschnitt 92 einmal. Und schauen, was bei 92 hinter der Westwand auf uns wartet. Wir müssen doch eigentlich den Raum noch untersuchen, oder? Als sie die Tür an der Westwand öffnen wollen, wir nehmen sie hinter ihr einen monotonen Gesang aus vielen Kehlen. Sie öffnen die Tür daher nur einen Spalt und spähen in den Raum. Zuerst bemerken sie eine große, kauende Statue. Ein hässliches Abbild des Gottes ohne Namen. Da sie von unten durch ein Feuer beleuchtet wird. Erkennen sie sofort die fünf Amulette am Hals der Statue. Oh, oh, oh. Wir hätten auf einem Schlag. Hätten wir zehn Amulette. Vor diesem hässlichen, hässlichsten aller Götter halten gerade zehn wertige kahle Gestalten in Purpuhrom eine Messe, die jedem anderen Gott Aventuriens Hohn spotten würden. Ihnen fällt auf, dass die Geweihten in der Nähe der Statue keine Waffen tragen. Nur drei Gestalten in einiger Entfernung huldigen dem Gott mit ihrem Dolchen. Die Bande ist also nicht allzu gut bewaffnet. Sie können die Geweihten angreifen und versuchen, sie in die Flucht zu schlagen. Oder wissen sie eine bessere Methode, um an die Amulette zu kommen? Abschnitt 141. Ah, verdammt. Verdammt, Leute. Was machen wir? Stürmeln wir jetzt da rein? Ist das unser Tod? Oder haben wir eine andere Idee? Es wäre ja... Also Leute, wenn das zehn Leute, die da sind... Ich kann es nicht mit zehn Leuten aufnehmen. Ich bin ja nicht Rambo. Auch wenn ich gut kämpfen kann. Und ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Es muss... Es muss anders gehen. Also, ich gehe zu 141. Dort steht... Nur mal im Ernst. Wenn Sie wirklich etwas wissen, schreiben Sie Ihren Vorschlag auf ein Blatt Papier und schauen Sie unter Abschnitt 64 nach, ob Sie damit Erfolg haben. Okay, lasst uns mal überlegen. Wir können natürlich auch... Ja, wir können natürlich auch eine Woche noch überlegen, wie wir an diese Statuen kommen. Also, wie wir an die Amulette kommen. Weil ich befürchte... Also, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir an die Amulette kommen. Ohne in den Raum reinzustürmen und alle wie hier Rundumschlag alle zu töten. Weil ich sage mal, auch wenn die keine Waffen haben, wenn drei nur Waffen haben mit ihren Dolchen, ich weiß nicht, was die für eine Lebensenergie haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hart sein wird, gegen zehn Leute zu kämpfen. Okay, wir sind zu zweit. Aber trotzdem, wenn jeder fünf Gegner hätte... Boah. Ich glaube, nein. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Auch wenn wir das Amulette haben mit dem 3W, 20 Trefferpunkte. Wenn wir da nur jeweils eine Eins würfeln, ein Triple Eins, dann haben wir auch nur drei gewürfelt. Unwahrscheinlich, aber ich sage mal, eins mal drei ist auch nur eine Sechs. Da hätten wir nichts gewonnen. Boah. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Wir überlegen mal, wie wir, was für eine Möglichkeit wir haben. Wir schreiben es alle mal in die Kommentare heute, was für eine Möglichkeit seht ihr oder was für eine Idee habt ihr, in diesen Raum reinzukommen, die Amulette zu holen, die fünf Amulette zu holen. Das ist ja schon genauso viel, wie wir haben, um dann den Raum wieder zu verlassen, ohne dass wir kämpfen müssen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob da was rauskommt. Ich mache mir auch Gedanken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und falls dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Das hilft mir auf jeden Fall beim YouTube-Algorithmus. Badstür dafür erstmal. Und natürlich würde ich dir empfehlen, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn du mehr erfahren möchtest, denn dann bekommst du sofort Bescheid, wenn die neue Folge online ist. In diesem Sinne, macht euch Gedanken, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mir bleibt nur noch zu sagen, gehabt euch wohl. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020